Manfred Martinschledde ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der in den Jahren 1963 und 1964 als Torhüter acht Länderspiele für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Amateure bestritten hat. Laufbahn Der Schüler Manfred Martinschledde eröffnete 1948 in der Jugendabteilung des Hörder SC seine Laufbahn im Vereinsfußball. In den ersten Jahren wurde er durch seine Gabe der Beidfüßigkeit im Angriff eingesetzt. Als er aber in der C-Jugend als Torhüter in die Kreisauswahl berufen wurde, begann seine eigentliche Laufbahn als Torwart. Das Talent durchlief alle Jugendklassen beim Hörder SC und sammelte danach die ersten Erfahrungen in der ersten Mannschaft im Seniorenbereich in der Bezirksklasse seines Jugendvereines. Zur Runde 1961 62 wechselte er mit 22 Jahren aus sportlichen Gründen zum Amateurmeister des Jahres 1958 zum Hornbrucher FV 09 in die Verbandsliga Westfalen Gruppe 2. Das leistungsfördernde Niveau der Verbandsliga-Konkurrenz durch den BV Brambauer, SC Dahlhausen, Lüner SV, SSV Hagen, Hasper SV, Dortmunder SC 95 und TUS Ewinglindenhorst. Dabei auch das Erleben und Bewältigen der intensiven Derby-Atmosphäre bewirkten rasch bei dem Mann. Aus Hürde einen Leistungssprung und die Aufnahme in die Westfalenauswahl für den Amateurländer-Pokal. Mit dem FV 09 belegte Martin Schledde 1962 und 1963 jeweils den sechsten Tabellenplatz. In der zweiten Saison in Holmbruch 1962 63 wurde er erstmals im April 1963 in die Amateur-Nationalmannschaft berufen. Nach dem fünften Rang 1963 64 in der Verbandsliga stand der Hornbrucher FV vor einem personellen Umbruch. Ältere Spieler beendeten ihre Karriere und andere wechselten den Verein. Das Ergebnis war der Abstieg in der Runde 1964 65, daran konnten auch die Leistungen des achtfachen Nationalmannschaftstorhüters der DFB-Amateure nichts ändern. Martin Schledde blieb durch seinen Wechsel zur Runde 1965 66 zum VfL-Hürde aber in der Verbandsliga Westfalen und hütete beim VfL zwei Runden das Tor. Als Hornbruch im Jahre 1967 der Wiederaufstieg in die Verbandsliga gelang, kehrte Martin Schledde nach zwei Runden Hürde wieder zurück in das Tor der Hornbrucher. Nach weiteren drei Runden Verbandsliga-Fußball beendete er nach der Saison 1969 70 seine aktive Laufbahn. Mietentscheidend waren dabei für den 3-1-J-T-Ring eine Meniskusverletzung und die anstehende Meisterprüfung im Beruf. DFB-Trainer Helmut Schön stellte im Herbst 1962, früher 1963 eine neue Amateur-Nationalmannschaft zusammen. Mit dem Ziel sich für das Fußballturnier der Olympischen Sommerspiele 1964 in Tokio zu qualifizieren. Nach verschiedenen Sichtungen und Lehrgängen stand am 13. April 1963 die K-Sekunden erste Länderspiel der neuen Mannschaft an. Gerhard Neuser war mit seinen fünf internationalen Einsätzen der erfahrenste der Mannschaft. Neben Torhüter Martin Schledde debütierten im Feld auch noch Harald Braner, Walter Birkhold, Wilfried Leidecker, Walter Liebig und Wilhelm Zort bei der 1-2-Niederlage in Alassio gegen Italien. Beim England-Turnier vom 15. bis 22. Mai mit vier Spielen war der Hornbrucher Torhüter dabei aber nur als Reservist. Sepp Mayer von Bayern München hütete auf der Insel in allen Turnierspielen das Tor der DFB-Mannschaft. Zum zweiten Länderspieleinsatz kam Martin Schledde am 5. Juni 1963 in Siegen bei dem 4-0-Erfolg gegen Japan. Zu Beginn der Runde 1963-64 waren die zwei deutsch-deutschen Ausscheidungsspiele zur Teilnahme an den Qualifikationsspielen für die Olympischen Sommerspiele 1964 im September 1963 in Karl-Marx-Stadt und Hannover terminiert. Helmut Schön bezog mit der DFB-Mannschaft vom 8. bis 14. September ein Trainingslager in Hof zur unmittelbaren Vorbereitung der Spiele gegen die DDR-Auswahl. Martin Schledde teilte sich mit Sepp Mayer das Zimmer. Während der Woche tauchte Bayern-Trainer Slatkoj Eikowski im DFB-Quartier auf und verhandelte mit Trainer Schön um die vorzeitige Abreise seines Torhüters Mayer. Da dieser unbedingt am 15. September beim Regionalligaspiel gegen Kickers Offenbach benötigt würde. Schön gab dem Wunsch des FC Bayern nach. Sepp Mayer fuhr umgehend nach München und Manfred Martin Schledde rückte in das Tor für die zwei Spiele gegen die DDR. Beide Mannschaften gewannen ihre Heimspiele. Vor 50.000 Zuschauern setzte sich im Ernst-Thilmann-Stadion zu Karl-Marx-Stadt das bessere Kombinationsspiel und die individuelle Klasse der Fußball-Nationalmannschaft der DDR durch. Den schwungvoll agierenden rechten Flügel mit Rainer Nachtigall und Jürgen Nöldner bekam die Mannschaft von Helmut Schön nicht in den Griff. Da auch noch Heino Kleiminger und Kurt Liebrecht aus dem linken Mittelfeld ständig für Druck der Mannschaft von Trainer Karoli Soß sorgten, war der 3-0-Erfolg durch Tore von Kleiminger, Stöcker und Nöldner auch in der Höhe verdient. Als bester Spieler der DFB-Elf wurde Manfred Martin Schledde in der Berichterstattung übereinstimmend in der BRD wie auch in der DDR-Presse hervorgehoben. Der 3-0-Erfolg der DDR in Karl-Marx-Stadt konnte durch den 2-1-Sieg der DFB-Amateure in Hannover aber nicht egalisiert werden und deshalb zog die DFV-Vertretung in die eigentliche Olympia-Qualifikation gegen Holland und die Sowjetunion ein. Die DFB-Amateure waren für das vorolympische Turnier im Oktober 1963 in Tokio eingeladen und Manfred Martin Schledde erfuhr in der japanischen Metropole mit seinen Kameraden Eindrücke, die die bisherigen Maßstäbe seines Horizontes und Weltbildes für die Zukunft eindrucksvoll beeinflussen sollten. Sportlich gesellte sich in den Spielen gegen Japan B, Süd-Vietnam und Japan der Turniersieg hinzu. Martin Schledde bestritt dabei zwei, sein Vertreter im Tor, Horst Grunenberg, ein Spiel. Der besonders ausgeprägte Zusammenhalt und die Kameradschaft dieser Mannschaft zeigte sich auch bei dem internationalen Amateurturnier vom 24. Mai, 2. Juni 1964 in Italien, wo der Torhüter aus Hornbruch in allen drei Turnierspielen gegen Frankreich, England und Spanien das Tor der Nationalmannschaft hütete. Die Anreise erfolgte am 21. Mai nach Frankfurt, wo dann am 22. Mai vom Rhein-Main-Flughafen der Abflug nach Genua mit der italienischen Fluggesellschaft Aletilie stattfand. Nach dem 1-zu-1-Unentschieden im Finale am 2. Juni 1964 in Genua im Stadion Luigi Ferraris gegen Spanien wurde die deutsche Mannschaft durch. Losentscheid zum Sieger bestimmt. Die Defensive war mit Torhüter Martin Schledde, den Verteidigern Erhard Ammann und Walter Liebig sowie der Läuferreihe Walter Birkholdt, Wilhelm Zott und Spielführer Horst Kunzmann der Garant des Erfolges. Martin Schledde hatte alle vier Länderspiele der Amateur-Nationalmannschaft im Jahre 1964 bestritten. Mit dem Finalspiel am 2. Juni 1964 in Genua endete seine Karriere in der Auswahl nach acht offiziellen Länderspielen und zwei inoffiziellen gegen die DDR. Neben dem Platz, Martin Schledde, den im Tor seine stoische Ruhe und sein perfektes Stellungsspiel auszeichnete und der beruflich als Malermeister seinen Lebensunterhalt bestritt, lebt auch heute noch als rüstiger Rentner mit Familie in Dortmund und pflegt nach wie vor freundschaftlichen Kontakt mit alten Hornbrocher, Fußballkollegen und der aktuellen Vorstandschaft des Hornbrocher SV 09-72. In der zeitlichen Distanz schildert er auch den in letzter Sekunde geplatzten Wechsel in die Fußball-Bundesliga zum FC Schalke 04 zur Saison 1965 66 still. Infolge des dortigen Trainerwechsels von Georg Gavlicek hin zu Fritz Langner kam der Vertrag nicht zustande ohne Groll. Mit Gelassenheit und Zufriedenheit ausstrahlend über seine sportliche Laufbahn.